Oder Kassetten aufgenommen und sowas, deswegen ist das noch so eine andere Phase. Ja, ich habe Kassetten aufgenommen, tatsächlich. Ich habe mir immer erzählt, wenn ich gefragt wurde, wo ich hier komme, ich bin auf der Burg geboren. Aber dann wirklich, Williamsburg sagen, war dann schwierig. Heute ist sie ja relativ hip. Du hast sogar mit einer TikTokerin ja auch einen Song auf dem Album, oder? Genau, ja, mit Anna Kohler. So, jetzt ist die Frage. Was war das? Ich habe versucht, einen auf DJ zu machen. Alex Christensen ist einer der erfolgreichsten Produzenten und DJs, ja, weltweit on tour, hat mit ganz, ganz großen Stars zusammengearbeitet. Er erzählt uns das Ganze, mit wem hat er zusammengearbeitet, mit wem möchte er noch Features machen und ob es sich lohnt, in seine Schaltplatten zu investieren, weil er behauptet, mit seinen Platten kann man richtig viel Geld machen. Dafür müsst ihr die ganze Sendung anschauen. Also das ganze Interview. Bis zum Ende. Let's go. Abonnieren. Alex Christensen, Alex C. Was hörst du eigentlich am liebsten? Stille. Ich bin froh, wenn ich mal keine Musik höre, weil ich kann Musik nicht so wirklich genießen, sondern ich bin ja dann am analysieren. Also wenn ich eine Band höre, dann höre ich so jeden Musiker und habe sofort irgendwie so Ideen. Das ist manchmal mühsam. Was ich so besonders finde, ist ja diese Kombination aus Haus und einem Orchester. Mal ehrlich, wie viel Aufwand steckt dahinter? Ja, es muss schon sehr beknackt sein, um sowas zu machen. Also ja, ich bin auch nicht normal. In der heutigen Zeit macht das ja eigentlich keinen Sinn. Mit seinem Synthesizer und mit seinem Computer kommt man ja auch relativ weit. Aber ich hatte schon so, als ich das Boot 1990 gemacht habe, wollte ich eigentlich immer vom Boot eine Version haben, wo ein Orchester spielt. Das konnte ich mir nicht leisten. Dann habe ich gedacht, okay, nehmen wir vier Streicher. Die wollten aber auch 500 Mark haben, konnte ich mir auch nicht leisten. Und so habe ich das irgendwie immer mit mir so rumgetragen, das irgendwann zu machen. Und habe das dann vor geschlagenen vier Alben angefangen. Und ich komme da jetzt natürlich nicht mehr raus, weil ich bin ja auch ein, als DJ trete ich nur noch mit Orchester oder mit einer Band auf. Sondern ich trete ja gar nicht mehr als DJ mit nur zwei Plattentellern auf, weil ich das gar nicht mehr gewohnt bin. Und das fordert mich auch nicht heraus. Deswegen habe ich so diesen Trademark für mich gesetzt. Und ja, jetzt ist es so. Jetzt ist natürlich die Frage, es gibt ja so seit, ja, schon, ich würde sagen, 10, 15 Jahren auch diesen Hype, dass DJs ja auch wirklich Hallen füllen. Du sagst ja selber, du bist ein bisschen durchgeknallt und nimmst noch ein Orchester mit. Aber es gibt ja DJs, die verdienen so viel Geld, nur dass sie zwei Plattentellern stehen. Hand aufs Herz und ganz objektiv. Ist das noch okay? Ich finde, der kriegt 50.000, da hört man, der kriegt 100.000 für den Gig. Und so ein Gig dauert zwei Stunden. Es gibt auch welche, die kriegen zwei Millionen für Silvester. Ich finde das völlig berechtigt, weil du könntest ja auch sagen, Usain Bolt ist immer nur 8,9 Sekunden gelaufen. Warum kriegt er dafür 60 Millionen? In seinem ganzen Leben hat er, ich weiß nicht, sechs Olympia-Medaillen gewonnen und ist, glaube ich, 27 Sekunden gelaufen. Man vergisst natürlich, um diese Marke Usain Bolt aufzubauen, hat er 20 Jahre trainiert. Und wenn du jetzt einen großen DJ dir anschaust, Name it, Tiesto, Geta, wer auch immer. Natürlich steht er da nur und da läuft ein Playback und alles ist gut. Aber die Marke alleine aufzubauen, da hat er so viele Jahre. Und die DJs sind ja auch alle gesetzten Alters Mitte 50, ob das Tiesto ist oder Geta. Deswegen ist der Gegenwert schon in Ordnung, weil die Clubbesitzer oder die Veranstalter, die verdienen ja auch noch Geld mit ihm. Deswegen finde ich, ist das schon ganz fair. Und alles hat im Leben seinen Preis. Ob einer mit seinem Auto da dreimal im Kreis fährt, eine anderthalb Stunden und 120 Millionen im Jahr kriegt, ist das berechnet. Ich weiß es nicht. Oder ein Fußballer, der da irgendwie 90 Minuten hin und her kickt. Ich glaube, den Moment zu beurteilen ist unfair, sondern musst du das Gesamte sehen und eben das auch als Marke verstehen. Was war denn so? Ich meine, du warst, dein 90s Classical waren glaube ich drei Alpen, richtig? So, mit den 80s bist du jetzt auf Tour. Mit den 90s und 80s bin ich auf Tour. Ich habe nur die 90er abgeschlossen, weil es war ja so meine Schaffensphase. Die 80er war eher so die Phase, wo ich Fan war und Pubertär und Musik kennengelernt habe. Und natürlich alles, was so Fade to Gay und Hypnodic Tango und solche Sachen, was es betraf, habe ich aufgesungen. Das war so auch die Musik, die ich gesammelt habe. Die Vinyl gekauft von Smalltime Boy, ich war total glücklich. Oder Kassetten aufgenommen und sowas. Deswegen ist das noch so eine andere Phase. Ja, ich habe Kassetten aufgenommen. Ich denke das auch noch. Ich fand das immer voll blöd, wenn ich die Radiosong aufgenommen habe und dann auch die Werbung reingelabert habe. Hier, das ist Radio Hamburg oder Energy. Ich habe so abgekotzt. Ja, kenn ich. Kennst du, ne? Natürlich. Manchmal hat der Moderator gesagt, nicht auf die Stopptaste drücken. Und dann, warum redet der da rein? 80er oder 90er, was war so dein Favorit eigentlich? Ich würde sagen, 90er kann ich musikalisch gar nicht so beurteilen, weil ich da so viel geschaffen habe und viele Songs geschrieben habe. Die 80er haben mich geprägt. Das ist so eigentlich die Musik, die ich heute immer noch liebe. Also ich finde immer noch, wenn ich irgendwie Smalltime Boy höre oder Total Clips of the Heart mit Bonnie Tyler, das fetzt mich immer noch an. Das finde ich immer noch ziemlich geil. Wo bist du eigentlich groß geworden in Wilhelmsburg? Im Fittgerwicht, das ist in Kirchdorf. Ich habe immer erzählt... Ist das Nord oder Süd? Hä? Ist das Nord oder Kirchdorf-Süd? Eher Süd. Kirchdorf-Süd. Aber auch rockige Gegend. Also ich fand es aber gut. Ich habe immer erzählt, wenn ich gefragt wurde, wo ich herkomme, ich bin auf der Burg geboren. Reiche Leute, das Einzige wurde, dass wir nicht hatten, Geld und so. Weil Burg hört sich ja immer gut an. Aber dann wirklich, Wilhelmsburg sagen, war dann schwierig. Heute ist es ja relativ hip und schick, aber damals war das schon rockig. Wenn die Leute mich gefragt haben, ich bin ein Vetteler-Junge. Vom Feinsten. Weißt du, was ich immer gesagt habe? Wo kommst du denn? Ich sage mal, ich bin auf der Insel groß geworden. Die Leute dachten zu ihr, Süd oder so. Hat ja keiner gefragt. Ist ähnlich. Dann kommt dem ungefähr nach. Da gab es so diesen Lederhosen-Fritzen, der so beruf diese Vettelhosen gemacht hat. Ja, genau. Richtig. Siehste? Die hatte ich auch. Hab mich gewundert, aber wenn ich nie eine Frau kennengelernt habe. Vielleicht lag es an der Hose. Mag sein. Ich muss ja noch eine Sache jetzt mal erzählen. Ich oute mich mal jetzt. Achtung, festhalten. Ich habe das schon mal im Radio damals erzählt. Ich denke, die treuen Zuschauer von Bybedo oder von Orientalal wissen ja noch, ursprünglich komme ich vom Radio. Und im Jahre 2001 gab es das Interconti Hotel hier an der Alster. Was hast du da gemacht? Ich war da beim Casting von Popstars. Welche Band wurde gecastet? Broses. So, und rate mal, wer damals bei diesem Casting war. Mua! Mua! So, Alex, ich kann sich natürlich nicht daran erinnern, aber ich muss ihm natürlich gleich am Anfang sagen, du, damals, das ist 20 Jahre her, war ich da, hab gesungen und hab performt. Alex, ich kann mich noch ein bisschen daran erinnern, meinte, hey, cooler Move, Stimme ist okay. Das war damals so dein Kommentar. Besser als nix. Ich bin ja sogar eine Runde weitergekommen. Siehst du? Ja. Zum Glück gibt es keine Beweise dafür, sondern nur hören, sagen. Ist das so? Das ist wirklich eine ganz andere, ganz andere Rangehensweise. Eine Mülltüte, die singt. Ja, die haben ja nie Erfolg. Also der, der da mitmacht, ich weiß gar nicht, wie die alle heißen, aber die haben nie Erfolg. Es geht ja immer nur um den Juror, der irgendwas zu präsentieren hat. Sein neues Album, seinen neuen Song, das stört mich ein bisschen. Ich find's schon ganz gut, wenn es um die Menschen geht, die da mitmachen und nicht irgendwie so, ja die singen und dann mein Album kommt und so, das ist nicht so ganz mein Fall, aber... Löde Frage, jetzt würde ich ja, ich möchte mir das mal visualisieren können. Normalerweise hat ja so ein Orchestermann einen Dirigenten. Ich geh aber davon aus, dass du nicht der Dirigent bist, sondern wahrscheinlich vor dem Orchester stehst, oder? Genau, also ich mach die Beats zum DJ und spiel ein bisschen dazu und wir machen das ein bisschen moderner. Wir haben das ganze Orchester natürlich verkabelt und die kriegen von mir ein Zähler. Okay. Geht auch. Kein Playback? Die Beats sind Playback, aber der Rest ist live. Das ist schon live. Das bockt ja sonst nicht. Also muss ja herausgefordert sein. Was soll ich da irgendwie so machen, bockt ja nicht. Das muss schon echt sein. Wenn man mit so einer Band on Tour ist, sind das alles auch Orchestermitglieder, alle aus Deutschland oder sind die auch international eigentlich? Also so ein Berlin-Orchester besteht natürlich aus Usbekistan, Russland, Polen, Amerika, Lateinamerika, Afrika. Berlin ist ein Schmelzpunkt, wo natürlich alle zusammentreffen. Deswegen finde ich den Begriff Berlin eigentlich ganz schön, weil das ist so ein Schmelzpunkt aller Kulturen und so, finde ich, muss auch ein Orchester aussehen. Klingt eigentlich ganz cool. Wie hast du dir eigentlich die Songs ausgesucht? Gibt es eine Präferenz? Das sind Songs, die mich geprägt haben. Keine Ahnung. Diese Harmonie sind so schön. Ich mag. Sind das so alles deine Lieblingssongs oder gehst du auch so, das sind Songs, die die Leute kennen? Ja, es geht eigentlich, also da bin ich ganz egoistisch. Mir geht es darum, dass es Songs sind, womit ich was verbinden kann und irgendeine Idee habe. Also man hört ja auch irgendwie Michael Jackson und Madonna, der 80er, kann man können, aber ich habe mit den Songs nicht so einen Bezug. Und für mich eben als DJ ist es auch wichtig, dass das irgendwie im Club passiert ist. Also so Fade to Grey oder Neverending Story. Das waren auch immer Sachen, die im Club liefen. Das war mir ganz, ganz wichtig. Und danach habe ich die eigentlich eher ausgewählt. Und natürlich muss man auch irgendwie überlegen, was kann ein Orchester spielen? Es gibt natürlich bestimmte Tonarten, die klingen einfach nicht gut. Deswegen lasse ich das gleich. Oder wenn irgendwas zu durig, zu fröhlich ist. Das finde ich im Orchester klingt auch immer irgendwie sehr kitschig. Und da nehme ich dann auch so die Finger von. Du hast für das Album viele bekannte Künstler genommen. Wonach hast du die eigentlich selektiert und ausgesucht? Also erstmal ist es so, dadurch, dass ich so lange Musik mache und da das Projekt sehr erfolgreich ist, habe ich einen ganz guten Zugriff auf sehr viele Künstler, die vielleicht Lust haben, das zu machen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Gary Barlow angesprochen habe, wie sieht es aus, hast du Lust, was zu machen? Dann habe ich mich schon mit ihm ausgetauscht, was möchte er machen? Und er sagte dann irgendwann, er würde so gerne Don't Dream It's Over machen. Da habe ich so gedacht, den habe ich gerade fertig. Was hältst du davon? Ich schicke dir den mal. Passt doch. Weil das auch so einer meiner Favoriten ist. Dann passt das immer eigentlich ganz gut. Mit Ronan Keating hat es etwas länger gedauert. Der wollte dann Small Town Boy unbedingt machen. Ja, der Song. Super Song. Dann habe ich gesagt, lass das probieren. Ich mache mal ein Playback. Wir nehmen mal ein bisschen was mit dem Orchester auf. Mal sehen, ob es passt. Das hat dann auch funktioniert. Aber das muss man immer so erarbeiten mit dem Künstler. Also ich glaube, dieses Ich überfahre, ich singe das mal. Das funktioniert nicht mit etablierten Künstlern. Das ist auch nicht meine Art. Ich bin eher so ein Teamplayer, der das versucht, eben im Team rauszufinden. Und gerade mit Künstlern, finde ich, muss man immer respektvoll mit denen umgehen. Ich glaube, nicht nur respektvoll, sondern auch die Chemie muss ja stimmen, ja? Bist du eigentlich so ein Social Media Man? Ist das so ein Dein Ding? Ja, ich finde das Ganze amüsant. Aber ich könnte jetzt nicht sechs Stunden am Tag verbringen. Und ich lebe auch gerne noch im Realleben. Du hast, das muss ich kurz mal erwähnen, du hast ja mit einigen Künstlern an diesem Album gearbeitet. Du hast sogar mit einer TikTokerin ja auch einen Song auf dem Album, oder? Genau, ja, mit Anna Kohler. So, jetzt ist die Frage, hast du ihr von ihr die richtigen Tipps geholt, wie man so fame wird auf TikTok? Eher gar nicht, also ich habe eher, mir wurde eine Demo zugespielt von ihr, wo sie singt. Und ich fand ihre Stimme großartig. Und dann habe ich erfahren, dass sie auch noch so TikTok-affin ist und da irgendwie alles abräumt. Aber dafür musste ich mich erst mal anmelden und mir das angucken. Jetzt hast du TikTok. Ich habe TikTok, ich weiß nicht, ich habe auch viele Follower, glaube ich. Auf TikTok? Ja, ich bin auch ein TikTok-Heini. Also ich weiß nicht, ob 30.000, 40.000 viel ist, aber für mich ist das viel. Warte mal, du hast 30.000, 40.000 Follower? Ich glaube, ja. Respekt. Oder? Ja, wir haben nur drei. Irgendwas mache ich falsch. Du musst mehr tanzen. Zeigst du mehr Beine, Hüfte, Bauch? Ja, alles. Nein, 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 nein. Was machst du denn? Ja, so lustige Videos. Ich erzähle, wie man reich wird mit Vinyl und so. Also, mein erstes Album hat 29 Euro gekostet. Bei Ebay kostet es jetzt 150. Das heißt, die Gewinnspanne ist größer als Bitcoin, also muss man das doch empfehlen. Wer sich Vinyl kauft und mein Album kauft, wird quasi irgendwann reich. So was kann man zum Beispiel tik-token. Ich muss gerade so lachen. Weil du das Album nicht hast. Komm, du hast das Album nicht. Du hast nur Bitcoins. Das ist die Enttäuschung. Nein, das hört sich gerade an, wie diese ganzen Motivatoren, die doch auf Instagram unterwegs sind und sagen, ey, ich weiß, wie du garantiert morgen reichst. Genau, und die verarsche ich damit, dass ich natürlich sage. So Nebeneinkunft. Ja, ich sage mal, diese Witzboldi, die da irgendwelche Aktien empfehlen, das ist, glaube ich, eher ein Joke. Ne, die meinen das ernst, glaube ich. Ist das so echt? Das ist kein Joke. Na gut, dann enthalte ich mich der Stimme. Ich weiß es nicht. Die reden nämlich alle vom positiven Mindset. Ja, ja, ja. Und wie man eigentlich Dinge schon alleine mit den Gedanken verändern und beeinflussen kann. Ja, und mich erstaunt das so. Die sind ja alle so unglaublich reich, was die alles besitzen und haben. Das ist ja erstaunlich, wie das geht. Ich bin bestimmt nicht geliehen. Das ist alles so. Das haben die alles so. Ich habe mal gehört, wenn du an deren Coachings teilnimmst, musst du so drei oder vier Sitzungen daran teilnehmen und du bist innerhalb von drei Monaten ein gemachter Mann. Gibst du mir die Nummer? Ja, kostet 5.999 Euro. Mach mal da die Rechnung. Wenn dann 10.000 Leute kommen auf so ein Event und du hältst eine Rede, so ein 90-Minuten-Speech. Die nennen das ja Speech, das ist keine Rede. Das ist eine Speech, 90 Minuten. Jetzt überleg mal, 10.000 Leute kommen da hin. Du zahlst 5.999 Euro. So, jetzt hau raus. Was kostet das? 5 Minuten? Ganz ehrlich, ich an deiner Stelle pfeife auf das Orchester. Halt lieber solche Reden, ne? Mach lieber TikTok-Videos auf Tour und sag, ich zeige euch mal, wie ihr richtig Manni macht. Ich habe zu wenig Gier. Ich möchte Musik machen. Ich habe da gar keinen Bock auf so einen Quatsch. War das nicht so dein Ding, auch als junger Mensch, zu sagen, ich will Fame werden. Fame sein ist geil oder so? Nie die Intention gehabt? Ja, also ich hatte gar nicht so den Plan. Das hat sich alles so ergeben. Ich finde, das Leben ist auch ein bisschen so wie Wasser. Das läuft, man wird irgendwo hingeflippert und dann macht man das und dann habe ich dies gemacht und so. Also diesen straighten Plan und auch das Wissen hatte ich gar nicht. Mir war das gar nicht bewusst irgendwie. Heute kann man ja alles ergoogeln. Also in meiner Steinzeit, wo ich aufgewachsen bin, da muss man irgendwie so nachlesen im Lexikon. Wie, ja, was ist so Fame? Was ist das? Mal gucken. Also das gab es ja nicht. Deswegen hat sich das eher so alles ergeben. Aber so kann man eben auch Fame werden. Wie heißt er eigentlich auf TikTok? Ja, Alex Christensen würde ich sagen. Alex Christensen. Also, meine lieben Freunde, wenn ihr die Weisheiten des Tages benötigt und eigentlich schon immer wissen wolltet, wie man auf TikTok viral geht, besucht gerne auch den Alex. Absolut. Alex Christensen zeigt euch, wie es funktioniert. The real TikToker. The real TikToker. Und es wird funktionieren. Absolut. Ich frage mich, ich bin jetzt so neugierig, ich muss unbedingt auf TikTok dir folgen. Siehst du, ich bin der Knaller, ich sag's dir. Die Anlageempfehlung Vinyl ist riesig, glaubst du mir? Meine vierte Vinyl ist komplett ausverkauft. Ich weiß nicht wieso, aber du kriegst keine. Wie viele hast du dann produziert? Zehn oder wie? Tausend Stück. Tausend? Ja, nur tausend Stück. Und die sind ausverkauft? Ausverkauft, komplett, nach einer Woche. Also jetzt rechne mal, irgendwann eBay in einem Jahr. Was kostet die dann? Ja, 200, vielleicht 250, wenn es gut läuft. Ja, und jetzt die Rendite? Ich war schlecht in Mathe. Egal. Aber sehr gut. So. Ja, ich mach irgendwas falsch. Ich geb's auf. Ich werd, äh, ich werd, äh... Moderator würde ich hier vorschlagen. Mein Vater und meine Mutter haben immer zu mir gesagt, Junge, mach mal was Ordentliches. Das ist das Ergebnis. Ja, das sagen ja einiges. Was haben denn deine Eltern gesagt? Franz Albers in dem Film haben sie doch mal gesagt, er soll was Regelmäßiges machen. Und er hat gesagt, wieso? Ich trinke doch regelmäßig. Das ist, glaub ich, so ein ähnlicher Spruch. Was solltest du werden, als du klein warst? Ich solltest nicht, ich bin's geworden. Ich bin gelernter Speditionskaufmann hier in Hamburg. Das Video ging aber schnell, oder? Kein Problem. Der nächste steht auch schon an. Dafür müsst ihr einfach nur den hier klicken. Ganz einfach. Und nebenbei abonnieren nicht vergessen. Ja, duh, duh, mach mal.